Oh, nice! Du hast gerade nicht aufgemacht bei mir! Hä? Nicht? Ne, also hier, weißt du, du bist in der Zube gefahren. Mega-Lama, mich doch einfach nicht voll und komm hierher jetzt! Also, stell dich so hin! Der will hinten sein, du oder ich? Natürlich du! Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen heute eine richtig geile Folge GTA, denn es geht mal wieder ein Team-Parcours. Wird also ordentlich salzig, die Salzrüstung wird schon mal angelegt. Ich begrüße Deko. Halleluja, muchachos! Die Nüsse sind gekrault und in euer Gesicht. Schon lange, lange her. Digga, Anus? Was ist das? Ein Team-Parcours? Anus? Anus drauf? Guck mal! Siehst du das? Wo denn? Ada! Oh! Anus! Ja, leider steht da Anus. Aber... Anus? Anus? Es ist wahrscheinlich auch, wenn man Rockstar kennt, ist es wahrscheinlich auch eine Amtsspielung. Genau! Wir nennen ihn einfach Anus. Wir nennen ihn Anus, so wie Rockstar es gewollt hätte, wenn sie gedroft hätten. Bra! Oh fuck! Verkehr Bruder! Oh Junge! Alter Trailer! Ja, wir sind glänzend unterwegs. Aber geil, dass auch Verkehr an ist! Oh! Ja, komm mal ran hier! Das ist richtig Need for Speed Feeling! Ja! Willst du mich auch Verkehr haben? Hallo? Boah Digga, ausgewichen! So! Jetzt kommen jetzt endlich Reworks von den ganzen alten, guten Need for Speed Teilen! Ja! Freue ich mich auch drauf! Digga, das erste Need for Speed, was ich gezockt habe damals in der Polizei... äh, wie heißen die? Vogelgitter wollte ich gerade sagen! Äh, Crenfüße! 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 Oh, das wird, glaub ich, sehr interessante! Kuckuck! Ich hab den Furia! Ist das der Furia? Digga, ich hab doch keine Ahnung, Bruder! Pock! Ja! Ja! Ey, du bist so ein schlechter T-Meld, Junge! Alter, du, ich hab dich einfach... Ja, Thanos-mäßig hab ich dich weggeklatschen! Ja, Thanos-mäßig! Dauert ist deine einzige Aufgabe jetzt, du nicht? Du musst mir die Löcher aufmachen! Hm, das krieg ich hin! Oh, yeah! Dass ich für dich die Löcher aufmachen muss, war mir klar! Digga, bück dich nach vorne und spreiz die Backen! So, stell dich da schon mal richtig hin! Papa kommt jetzt! Hey! 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 Nein! Wuhu! Okay, fuck! Ja! Digga, du bist einfach wieder weg! Einer war sogar richtig! Warum bin ich weggeflogen? Hallo? Also gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut! Was denn? Ganz links! Dass ich hier der Rambo bin! Hey! Hey! Digga, wie ich da mit einem Kamm hart mal durchfahre! Hey! Brück dich bitte! Schicke Finger an dein Gesicht! Nein! Nein! Ja! Digga, wie ich abgehe, Alter! Digga! Wo warst du plötzlich? Oh, nice! Hey, du hast gar nicht aufgemacht bei mir! Hä? Nicht? Oh, okay, fahr mal nicht! Ne! Also hier, weißt du, ne? Du bist... In das Zube gefahren! Digga, laden wir mich doch einfach nicht voll und komm hierher jetzt! Also! Stell dich so hin! Wer will hinten sein? Du oder ich? Natürlich du! Digga, magst du langsam herkommen? Ja, ich hab's alleine versucht! Was machst du? Du willst nach hinten sein, oder nicht? Ja, will ich denn? Okay, dann fahr nach hinten! Los, fahr nach hinten! Wir müssen brauchen ein bisschen Speed! Nein, brauchen wir nicht! Das reicht! Digga, ramm mich doch, du Lappen! Das war nicht so erfolgreich! Ey! Du hattest einen Job gerade gefahren! Digga, du hast einen Bug nach rechts gefahren, du Lackenkopf, Alter! Okay, komplett hier diese Linie mitnehmen! Hier! Links von mir die Linie! Die Linie! Einfach nur fahren, ja? Kriegst du das hin? Weißt du, wo ich mich gerade schon gestellt habe? Kriegst du das hin? Okay, ab geht's! Ja, boah, Digga, ich fahr so mega gerade! Nein! Okay, wir hätten vielleicht mehr in die Mitte gemusst, dann hätte das funktioniert! Ja, das ist gut! Okay, fahr! Los, fahr! Ja, richtig! Okay, los! Okay, los! Ins Becken stoßen! Oh! Ich glaube, ich krieg's doch hin! Digga, was? Ey! Er kann nicht mal gerade ausfahren, weißt du? Wir wissen nicht, wer schuld war! Ja! Wissen wir nicht! Überhaupt nicht! Digga, beruhig dich! Hier! Ich glaube, du bist in die falsche Linie gefahren! Hier! Digga, komm doch! Digga, hier jetzt! Okay, los! Ja! Also, gefühlt habe ich dich in die falsche Richtung geraten! Wuhu! Wir sehen jetzt dein Ziel, Bruder! Digga, ich bin sowas von weg! Ja, ich muss wieder zurückkommen! Aber die Frage ist, ob ich das mache! Ja! Ja! Ey! 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 Das war deine Stolz! Auf keinen Fall, Alter! Ey! Zum Teil! Ja! Okay! Warte, warte! Wollen wir es nicht einfach mal so machen, dass wir direkt hintereinander wegfahren? Ich glaube, dann wird das für das First Drive funktionieren! Ey, du musst doch einfach nur eine Linke langfahren! Los! Fahr! Fahr! Das wird jetzt echt nicht so schwierig! Ey! Ey, Junge, was... Ich... Ich... Okay, das hat mich wissen... Du bist sogar hinter mir! Du bist sogar hinter mir! Ich habe dich gerammt! Deswegen habe ich Speed verloren! Los! Fahr! Fahr! Digga! Alter! Schraub deinen Tod runter, Alter! Du brauch jetzt 10 Minuten wegen deiner Unfähigkeit! Alter! Alter! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Oh, dass du schon wieder verkackst, ey! Oh, ich war wieder runter! Ich hätte es somit jetzt schon dreimal geschafft! Gut! Aber machen wir weiter! Manchmal brauchen wir eben ein bisschen länger! Es gibt einfach nur ein produktives Team, die wir schon sind! Ich glaube, das reicht schon! Das könnte reichen! Ne! Oh, okay! Ey, Junge! Ich weiß nicht! Ich weiß ehrlich, was du machst! Das war doch so einfach! Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal geschafft! Also, ich weiß nicht, an wem es liegt! Jetzt! Ja! Oh! Endlich! Geht doch! Bitte, kann ich jetzt immer noch alleine ins Ziel fahren! Willst du rechts oder links? Okay, ich will dich wegficken! Hallo! Kuckuck! Oh, ja! Ich stelle mich schon mal richtig hin! Das kriegen wir hin, oder? Ey, beruhig dich! Ja! Ja, komm! Guck mal, wie deine Mutter beim rückwärts fallen! Rückwärts fallen! Rückwärts gehen! Der Spruch ist aber schon ordentlich alt! Ja! Ach was! Und den hast du, glaube ich, schon auch ziemlich inflationär benutzt in den Aufnahmen! Ja! Bestimmt! Also in meinem Leben schon, ja! Aber irgendwann so fünfte Klasse oder so! Ja! Ich fahre ein bisschen nach vorne! Ja! 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 Fahr ein bisschen rückwärts! Digga! Oh! Ja! Warte! Ich muss ein bisschen! Hallo! Er will wieder schnell schnell machen! Digga! Er rafft es wieder nicht! Er hat die Hälfte geschafft! Die Hälfte! Unglaublich! Okay! Da muss jetzt alles... Okay! Ich mache es jetzt im Schritttempo! Du musst das die ganze Zeit ausgleichen! Deine Scheißnis hier! Ja! Ja! Stopp! Stopp! Ja! Stopp! Ja! Stopp! Ja! Ja! Beruhigt dich! Ja! Wie viel haben wir schon? Alter! Wir haben ja gerade zwei Meter! Ja! Das sieht gut aus! Ja! Ja! Ich muss wenig! Wenig einlenken! Stopp! Stopp! Ja! Ja! Sehr gut! Haben wir schon viel! Ich sehe es nicht! Nein! Die Hälfte ungefähr! Scheiße! Oh ja, oh ja. Sexy, sexy. Wuhu. Oh yeah. Puh, 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 oh, Bossy. Ja, er hat da nur chillen müssen, ey. Der muss links, rechts geradeaus fahren. Was ist los mit dir? Oh, was kommt jetzt? Äh, hallo? Äh. Ach, schade. Ach, schade. Ah, okay. Ich muss einfach nur runter. Ach, da rein. Ciao. Ein bisschen runterfallen und uns drehen, ne? Oder nicht? Hier? Ja! Okay. Ich glaube, diese Map... Das ist richtig einfach runter, oder? Ja, ja. Ich glaube, diese Map hat irgendwann mal Kev und Anime-Fan gezogen. Ja, komm, wir müssen das schneller machen als sie. Komm. Komm, wenn ich lande bin, Alter. Ja, du musst weg. Ich muss jetzt hier den hier machen und du fährst jetzt auf mich drauf. Warum auch immer. Wir machen es einfach. Komm. Ja. Komm, los. Der Speed nach vorne. Ja, aber was bringt das jetzt? Was bringt das jetzt? Achso, muss ich dich denn... Ah, ich muss dann vielleicht zurückfahren. Warte. So, weißt du so? Und jetzt... So. Fuck! Oder du musst mich reindrücken, so? Oder ich muss... Ich weiß es nicht, Digga. Ich habe doch keine Ahnung. Hä? Ich... Warte mal, ich fahre mal eben runter. Guck mal, was du... Ja, lass uns einfach so machen. Dann gucke ich, was da ist. Vielleicht ist es ja schon richtig. Drauf hier. Okay, jetzt sind wir wie die. Ja. Wer soll jetzt reinfallen? Ich oder du? Ich. Eigentlich du, oder? Okay. Ja. Rein mit dir, du Lappen. Und jetzt? Äh, ja. Äh, ja. Was genau tun? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach gerade. Ich fahre einfach mal runter, Leute. Da immer runterfallen ist und gucken, was da kommt. Da sich da rein! Das verpissst nicht! Ja, Kamera spielt wieder richtig mit. Hä, warum soll man das denn so machen? Hä? Wenn es auch anders geht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich habe leider mit der Kamera wieder nichts gesehen beim runterfallen. Hä, das ist gar kein Punkt! Hä? Der Punkt ist am Ende von diesem Warride. Wie soll man da hin? Irgendwie auf den Warride draufkommen. Ja! Ich glaube, ich weiß jetzt gerade, wie... Warte, ich muss nochmal ganz kurz abchangen. Also, wir müssen an die Tube. Wir müssen in die Tube rein. Müssen wieder langfahren, weil da die Warride-Auffahrt ist. Ja, dann ist das einfach nur eine Warride-Auffahrt. Ich bin einfach nur deine Warride-Auffahrt. Ich bin die Rampe. Toll, Alter. Damit du hier im Kreis fahren kannst. Komm! Komm doch! Oh, oh, oh! Ja! Ja, Baby! Okay, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt lost hier, oder was? Ich war falsch rum. Bleib hier erstmal. Ich war falsch rum. War es falsch rum? Ja. Oh nein. Hä, aber... Ist das ein... Ey. Hauptsache, er zeigt das sogar so an! So! Da hast du dich ja falsch rum hingestellt. Das war's. Nein! Geht ja links und rechts! Es geht ja links und rechts! Ah ja. Red dir das mal selber ein. Red dir das mal selber ein. Hat gar keine Ahnung. Ah! Digga, was kannst du denn eigentlich? Digga, halt deine Schnauze! Stell dich da hin und halt den Mund! Digga, richtiger Profi am Werk hier. Ich schwöre dir, ich lasse dich hier einfach verrecken, ey. Komm, Baby! Deine Schnauze! Er wollte sich wieder aufregen, ey. Vielleicht? Okay, lass uns ein bisschen die Vault wegset, für das Strike schaffen. Nein! Oh, lol! Okay. Hast du eiskalt verkackt? Ey! Ja! Das Ding ist... Lass mich das machen! Nein, nein! Ey! Ich hätte es sogar noch geschafft, aber ich war schon am Respawn. Ja, ist klar, Digga. Ich war schon am Respawn, ne? Mach mich stolz! Oh, das ist ziemlich weit unten. Ja! Und... Ja! Okay. Kannst zurückkommen? Ähm... Ich könnte zurückkommen, wenn ich wollte. Sagen wir so. Ja, dann komm her hier! Eigentlich will ich es nicht, aber... Brauchst eh wieder meine Hilfe. Wenn ich jetzt in den nächsten Wanda reingehe, dass ich dann irgendwie einen... einen Schuback hat. Digga, laber doch nicht einfach und komm her! Oh, Worldwechsel. Shit, boy! Oh. Oh! Lecker! Ja! Warum? Warum? Oh, yeah! Warte mal, du! Digga, Hauptsache, wir machen ein Duell gegen Kev und Anime-Fan und er macht noch sowas, ey. Was ist los mit diesem Jungen? Digga, weil du einfach so ein neuem Teampartner bist, deswegen. Achso, und du hast dich gerade super charmant gemacht, oder wie? Nee, ich hab dir aber ein bisschen einen Neuen zurückgegeben. Weißt du? Du musst ja auch mit dem Echo leben können, dann. So läuft das. Digga, ich hab keine Ahnung, was ich an dieser Stelle gemacht habe. Oh, Digga. Ihr gerade, oder was? Du hast so einen Realitätsverlust, Alter. Du hast mich die ganze Zeit zu laut, wenn du mich die ganze Zeit beleidigst, Alter. Und dann labert er für einen Realitätsverlust. Ja, nee, ist klar, Bruder. Weiß auch nicht, ey. Digga, easy. Ich hab einfach wirklich ein Gefühl, wenn ich losfahren kann. Oh, noch nicht. Oh! Geht das in Speed? Ist der gut, oder ist der scheiße? Oh! Egal. Ich nehm links. Okay, dann nehm ich. Oh, scheiße. Gerade. Was hast du? Oh! Ich bin Batman. Ab geht's! Keine Ahnung, was wir machen müssen. Aber wir fahren einfach mal. Da ist ein komischen Tube drin. Achso, war da irgendwas? Was müssen wir da machen? Aber das heißt nix, oder? Fahr mal erstmal durch, da. Ja, hier ist nix. Wie, da ist nix. Hey, wir müssen einen Richtungswechsel machen? Achso! Warte, ich muss hier wahrscheinlich die Koralle machen und du musst mich wieder vorwärtskicken. Ist da ne Tube, wo wir drin stehen bleiben können? Nee. Okay, ich fahr jetzt rückwärts. Aber ich kann nicht lange rückwärts fahren. Wo bist du? Fahr nochmal nach unten. In der weisen Tube, oder was? Warte mal, was muss ich hier machen, Bruder? Oh, da sind Autos am Spawn. Am Spawn, okay. Ich schau mir das an. Am Spawn in der Tube drin. Aber ich weiß nicht so wirklich, was sie uns weiterhelfen können. Also, er sagt ja eigentlich, wir brauchen einen eigenen Richtungswechsel. Und du kriegst das ja easy hin, wenn du die Koralle machst und dann wieder deinen Boost aktivierst. Aber du musst mich leider vorwärts anboosten. Ja, ich glaube, es sollte du hinkriegen. Okay, ich fahr rückwärts. Kannst du da rückwärts im Kreis fahren, oder? Ja, ja, mach ich gerade. Komm, komm. Aber es ist gar nicht so einfach. Ich versuche wieder nach oben zu fahren. Ach so, wie guckst du dich jetzt? Du musst jetzt die Koralle machen. Und dann musst du mich einmal retten. Und dann musst du das bei dir nochmal machen. Die Koralle ist mit dem Fahrzeug gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, die ganze Zeit rückwärts zu fahren. So, ja, hab's geschafft. Sehr gut. Ja, nice! Wuhu! Okay, es muss das beide nur hinkriegen. Komm, bitte, bitte, bitte. Einmal ein guter Teammate. Komm, 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 abfahren. Ja. Ja! Ja, da ist der Pool! Ja, Bruder! Schuuu! Wuhu! 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 Der ist eiskalt, ey, der ist eiskalt. Okay, fast hinbekommen. Aber ich brauche hier wieder deinen Support. Hast du noch dein Batman-Auto? Ja. Ja, musst du wieder... Alter, musst du jetzt genau gleichzeitig gerade hier runterdinken, oder was? Ja, du musst mich wieder nach oben boosten. Also, ich würde sagen, hier ist Ball hier. Alter! Mal ein bisschen nach oben. Komm mal her. Und booste mich einfach mit dem Speed. Booste mich mit dem Speed, komm. Boosten, boosten, los, los, los! Nein, Feuer ist los! Hä? Wär ist nicht schlauer, wenn wir an die Wand ran denken, sind wir nicht dann boosten nach oben? Ja, also, es geht auch. Ist aber, glaube ich, schwieriger. Weil so brauche ich einfach den Speed. Ja! Okay, was war's? Plan B, everyone, komm. Wow, okay. Okay, was geklappt? Na, wir machen lieber deine Version, okay. Aber die wird auch gar nicht so einfach, ne? Nee. Müsste ich nicht eigentlich zuerst springen? Weil ich nicht wie's boosten soll. Ja, versuchen wir mal. Ja, dann spring mal hinter mir. Ja, ja, ja. Aber du musst dich erst mal runterrollen lassen dann, ne? Ein bisschen. Und jetzt, komm! Ja! Hä? Äh, du musst bitte auf der Straße bleiben. Ja, du musst noch um 8 drücken dabei. Okay, los! Ja! Abgeprallt. Okay, das heißt wohl, dass es nichts mehr wird, ja? Nice. Okay! Okay, so ist jetzt nicht los. Ja. Hätte man aber nicht verkackt. Musst du mal kurz rausstellen. Ja, komm doch! Ja, ich hab immer, einmal gefahren. Okay, los, 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 los! Lass dich erst mal ein bisschen runterfallen, ne? Ein bisschen runterfallen und... Boosten! Abgeprallt. Dinger! Dinger! Und ja. Ich verstehe es nicht! Ich drücke sogar noch mal 8, wenn ich den Boost ziehe. Und trotzdem hebt er ab. Willst du mich noch einfach mal in der Luft noch mal ankicken? Komm. Und go. Und jetzt schon mal, komm. Ich muss da nur rein, ich muss da nur rein. Fuck! Du bist noch ein bisschen nach rechts gesprungen, aber vielleicht reicht's noch. Digga, ich kippe auch einfach weg nach hinten, ne? Alter, ist das so hart? Das will ich so schwierig. Fahr! Ich drücke die ganze Zeit nur um 8, aber mein Oberteil kippt um. Nach hinten, also hinten rüber. Oh, oh! Oh, nein! Oh! Das war richtig close. Digga, mein Speed geht einfach sofort aus dann. Und da rollen wir nicht. Ey! Machen wir das gerade richtig? Serious? Ich hab keinen Plan, ob das so richtig ist. Aber es ist ja... Also das Bild ist ja schon so. Ja. Okay, das hat mir auch nach links gesprungen. Ich versuche dir zu folgen. Tschau. Hm. Ja. Oh, fuck. Ey, der boost ist aber auch so wenig. Du hast da wirklich so einen kleinen Hüpfer. Der muss sofort klappen oder was hinkriegen, ja. Dann tut's dir doch gar nichts. Oh, also ein paar Trys waren ja schon besser. Also wir machen noch irgendwas falsch. Ich glaube, ich brauche mehr Vorlauf, weil ich muss wirklich ein bisschen, glaube ich, langfahren, um mich wirklich richtig gut zu boosten. Aber jetzt, komm. Er kippt die ganze Zeit, das Fahrzeug, die Nase kippt, weg vom Vorlauf. Oh, ja! 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 Ich fahr jetzt nicht. Ich weiß nicht noch, was aber kommt. Ja, wir haben vier Haus hier! Oh! Oh, so gut! I got you! Okay, ich nehme rechts. Oh, ja. So im Glück bin ich nicht, der Bus. Oh, yeah! Nein! Du musst den Busse fahren. Aber die Frage ist, warum? Ich schaue mal kurz. Ich fahre hier ganz normal. Welcher ist das der Bus? Äh, rechts oder links? Respawn noch mal? Ja, wenn du musst du respawnen. Okay. Ich bin kein Bus. Guck mal dazu. Er muss jetzt hier unten langfahren und dich hochhalten. Ach so, ja. Da war nämlich eine Bremse. Hier muss ich hinstellen, ja. Ich fahre mal, ob das funktioniert. Kuah! Ja, mit der Kamera richtig viel nicht sehen, ob ich hier stehe, aber... Oh, ja, okay. Ja, warte, warte, warte! Ja, ja, wir müssen das in einen Takt machen, in einen Takt. Ja, 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 und... Ja, sehr gut, sehr gut. Alter, so ist super, so ist super. Ja, genau so bleiben. Genau so bleiben. Oh! Der muss richtig Gas geben jetzt! Full speed los! Iaah! Und was ist mit dir jetzt? Ja, was mache ich? Hubschrauber? Hubschrauber? Nee. Hallo? 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 Ich schau mal, was das nächste Auto ist. Pettico? Ja, wir sehen uns beim Ziel, ne? Ich muss weiterfahren. Ciao! Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich zurückfahren? Eins, zwei. Und? Okay, und ich soll einfach weiter oben fahren, oder was? Weiß nicht, also hier ist sogar, das ist ja ein Bild hier. Ja? Das beschreibt so, ich stehe so eins und zwei dran, aber zwei ist einfach nur der Bus und der ist weiter, fährt weiter oben lang. Achso, kannst du einfach nach oben ziehen vielleicht? Ah, ich überlege gerade, ob ich hier fahren kann einfach. Ah, ja, ich bin groß genug, ich kann hier fahren. Ja, ich kann hier einfach durchfahren. Oh, zum Glück. Also einfach ist jetzt was anderes, aber... Ja, ich bin einfach langsam wie so eine Schnecke, ey. Ah, ich brauche acht Jahre für die Kacke jetzt. Aber Hauptsache, wir kommen weiter. Wir sind jetzt bei Punkt 24 von 35. Also haben wir jetzt ungefähr 24,35. Ich will nicht wieder falsch rechnen. Ich glaube, mit 24,35 kannst du nichts falsch machen. Okay, ich glaube jetzt, da müsste gleich das Speed kommen. Komm mal, Baby. Geh mir den Speed. Wie Papa den Speed. Der Ball hat sich hardcore raus, ne? Naja, mich so ein paar andere Dinge nach oben. Versuche gerade aus, mich auszurichten. Aber ich sehe halt nicht so viel. Ja! Ja, Baby! Oh, Alter. Oh. Oh, ich kippe richtig hart ab. Oh, nein! Weiter geht's. Das ist mein Gate. Das ist schon irgendwie cool. Ja, das war schlechtere Team-Barcours. Ja. Aber wir nehmen links. Hehehe. Okay. Äh, dann nimm Little Girl rechts. Äh. Was hast du? Muss ich hier? Warum habe ich immer die scheiß Fahrzeuge? Ey, ich muss hier mein Gewehr da rein donnern. Warum? Donner mir dein Gewehr rein, du. Halt dich irgendwie so Haken damit? Siehst du das da oben? Kannst du dein Gewehr quasi hinten an meinem Ding ranhaken? Achso, du musst mich da unten lang fahren, oder was? Wie krass ist das denn? Digga, das wäre aber richtig krass. Warte. Aber ich kann nur vorne steuern. Ich kann hinten nicht irgendwie... Ja, warte, dann dreh ich rein. Muss ja... War das rückwärts? Muss ja so gehen. Hier. Muss ich einfach nur vorwärts reinfahren? Vorwärts reinfahren? Das geht dir, glaube ich, nicht. Oder muss ich dich doch mit der Schaufel... Ja, mit der Schaufel auf jeden Fall. Hä, aber das Ding ist, wie... Wie dingse ich dich da mit? Also ich kann so dein... Du kannst so mit deinem Maschinengewehr jetzt vorwärts hier so reinfahren. Da müsste ich dich Haken können. Aber wenn ich jetzt rückwärts fahre, nimm ich dich mit? Nee. Ich seh nichts mehr. Warte, vielleicht muss ich dich schon so kriegen. Ich wär einfach da. Just, just stay on your position. Bro. Okay, wenn ich jetzt so... Alter. Ja, irgendwas passiert da? Kannst du mich fahren? Weil mir bewegt sich nichts mehr hier. Weil ich versuch noch zu fahren. Ich hänge jetzt in der Luft. Ja, ich hänge jetzt in der Luft. Wir müssen jetzt... ...nach rechts, ne? Ja, seh ich. Aber, also ich kann mich hier oben... ...so gut wie nicht bewegen. Dann muss ich mitfahren. Ich fahre mal. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Dann muss ich... Achso, warte mal. Ich muss einfach nur hardcore geradeaus fahren. Dann habe ich ja schon ein bisschen... Warte mal, fahr mal weg, fahr mal weg. Fahr mal weg. Ich muss jetzt einfach nur geradeaus fahren. Dann hänge ich da wahrscheinlich. Und jetzt musst du mich da hinschieben. Ah, ah. Mit schieben. Okay, ja. Lol. Geht das? Ja, so ist viel geiler. Ich muss dich gar nicht einhaken. Ich schiebe dich hier einfach nur mit in den. Lol. Digga, es hat ja eine geile Video. Es ist ein bisschen gedauert, bis sie aufkommen sind, aber... Digga, wie geil ist das denn? Alter. Kannst du irgendwas sehen da unten eigentlich? Ah, ja, hallo? Ja, so ein bisschen. Der drum gereicht, das sehe ich. So. Jetzt kommen wir von hier und schieben dich rüber. Oh, sehr schön. Oh, jetzt kommt kein Hindernis mehr. Das musst du nur durchschieben. Ja, durch die Mitte, ne? Da noch ein Loch, oder was? Also links und rechts siehst du doch im Boden. Links und rechts ist jetzt was. Also bei mir ist hier oben jetzt gar nichts mehr. Okay, durch die Mitte musst du mich schieben. Auf jeden Fall. Mitte der Straße. Eigentlich müssen wir noch ein bisschen zurück. Ja, aber ich habe keinen Bock. Ja, der ja! Oh. Komm. Noch drei Kästen hier. Ja, 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 ja. Ja, das sieht gut. Bist du noch, bist du noch? Komm, komm, komm. Ja, ja. Komm, Baby. Bist du noch? Bist du noch? Bist du noch? Bist du noch? Ja! Stell dir vor, ich wäre jetzt explodiert. Oh, ja. Ich dachte, ich würde da fallen, vielleicht sind drück ich dich oder so. Oh, das war so gut. Alter, Junge. Das war aber eine schwere Geburt. Das war krank, Mann. Das war richtig krank. Okay, was kommt jetzt? Okay. Komm, ist was mit dem Boot? Willst du Boot? Nee. Willst du Boot? Ich würde es gerne mal einfach nur den Marvin machen und die Arme wegstrecken und nichts machen. Dann ist es wahrscheinlich Motorrad. Dann nehme ich jetzt hier den Bruder. Ja. Komm drauf. Chill. Wieder mit der Fahrt, Gio. Fungio. Genießen Sie. Hallo. Kann ich, warte mal der Taste. Ja, doch, klappt. Ab. Durch. Den. Sumpf hier. Ja, oh, das ist wieder super aus. Naja, die Straße kann man gut sehen, oder? Wow. Digga, aber das ist jetzt hier im Vergleich schon wieder ziemlich einfach, was du hier machen musst, ne? Nee, ich bin einfach Pro-Bosser. Oh. Passt das so oder sieht es gefährlich aus? Ja, vielleicht nicht zu hastig werden, aber. Oh, okay. Ja! Ja! Okay, lassen wir jetzt nicht runterrauschen. Okay. Fullspeed, 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 Dinko. Ich gebe Vollgas gerade. Junge! Los, 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 los! Ich nehme mich mit, Bruder! Verlass mich nicht! Ja! Was willst du? Das Auto. Ey, ich soll fliegen? Ist das dein Ernst? Okay, ich kann es versuchen. Meinst du nicht mit dem Controller besser dran bist gerade? Okay, wir versuchen es. Ich werde Hartkopf verkacken, aber egal. Was machst du für ein Flugzeug? Was ist das? Oh nein. Oh nein. Irgendwas kleines. Oh! Was müssen wir machen? Oh! Ach, du hängst dich jetzt irgendwo rein, oder was? Ich häng mich in deinen Hinterflügel. Oh, in meinen Hinterflügel. Hallo. Oh, okay. Das heißt... Ah, hier. Guck mal. Äh. Do you see this? Marvin, do you see this? Ja. Ah, ist... Ach so. Mercedes. Und jetzt? Leider, du kommst jetzt hier rauf. Du musst dich doch eigentlich hier... Hier ist doch eine Rampe. Da musst du nichts machen. Würdest du jetzt hier versuchen? Aber du wolltest... Also... Mit vorwärts fahren, oder? Ich weiß nicht gerade, was du vorhast, aber gut. Machen wir. Okay, ich versuche gleich... Jürgen, was machst du denn da? Ja, der hat das Rückkontrolle echt nicht. So ganz so leicht. Ach, du hast schon... Unterschied zwischen vorwärts und rückwärts kennst du. Ja. Ja. Das war jetzt nicht ganz so nice. Ich würde sagen, wir sollten das einfach mal hier mit dieser komischen Rampe ausprobieren. Was hältst du da? Aber... Aber... Also, er sagt uns... Wie muss ich mein Flugzeug hier halten? Also, ich würde sagen, du musst über die Rampe fahren. Nein. Doch, ich muss noch einhaken bei dir unten drunter. Warte mal. Dann musst du dich oben drauf springen. Du musst hier von oben so runterhängen und dann kann ich dich vielleicht... Kann ich vielleicht noch... Gehe hier so in deinen Flügel. Feinddingsen. Wenn ich das sehe, hätte ich vielleicht auch fliegen sollen. Ja, ja. Das ist sauerhaft für mich. Ich versuche das mal eben mit... Dings zu machen hier. Maus und Tastatur. Ach ja. Alter, wie chillig das ist. Ey, ist so geil. Okay. Rückwärts oder vorwärts? Rückwärts ist ja auch eine Idee. Okay. Okay, mache ich es rückwärts. Wobei, du musst vorwärts. Du musst? Okay. Nehmen wir nochmal. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, ne? Ich werde doch nicht so krass rüber springen. Ich würde da so drüber denken, dass du quasi runterkippst und dein Flügel noch oben drauf bleibt. Okay, die Frage ist, ob ich da so einfach hochfahren kann, ne? Ich werde es testen. Ich weiß nicht, ob wir das richtig machen. Ich auch nicht. Aber ich muss auf jeden Fall in die gegenseitige Richtung von dir. Willst du da nicht einfach mal reinspringen? Ist doch viel einfacher, wenn du einfach da bei mir reinspringst, Liga. Ja, aber ich muss doch festhaken. Ja, spring da einfach mal rein. Mal schauen, ob du dann da einfach runterdropst, weißt du? Ja, aber da bin ich auch falsch rum. Ich bin doch jetzt wieder in dieselbe Richtung. Du wirst da entgegengesetzt sein. Du wirst doch auf dem Beispielbild. Jetzt bist du hier drin. Achso, und das... Dann musst du dich einfach nur drehen. Ich muss mich einfach nur drehen. Oder ich flieg jetzt einfach mal. Jo, hallo? Ja. Ich glaube, wir müssen eigentlich das komische Ding da lang linksen. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Geht das? Wenn du mich jetzt überschlägst, dann geht's vielleicht. Digga, ich seh einfach nicht! Ich falle. Ich bin ciao. Bis du irgendwie so reinkommst, wie gerade mit meinem dicken MG. Oh ja? Ja? Soll ich einfach mal wieder fahren? Ja. Fahr mal. Ja! Okay, jetzt müssen wir erstmal zurückfahren. Wir müssen hier erstmal wieder weg, weißt du? Warte, weg, 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 weg. Ja. Und jetzt vorwärts. Nee, aber ich glaube... Warte, wir müssen ja... Guck mal. Guck mal, diese Schiene hier, ne? Links von dir. Welche Schiene? Links von dir. Ja? Was damit? Da müssen wir rein. Meinst du? Ich glaube schon. Wenn wir dich abstürzen. Ich muss einfach langfahren. Ich hänge in der Mitte runter und du fährst oben drauf lang mit, gibt's Gas. Okay, du hängst noch nicht richtig. Ja. Ich glaube, das wird das passieren, wenn wir jetzt reinfahren. Ja. Sehr gut. Oh ja, so ist sehr gut. Ja, warte, jetzt muss ich noch ein bisschen mitlenken hier. Boah. Ja, du darfst eigentlich nicht lenken. Das ist natürlich hier richtig am Arsch. Du musst ja nur einmal reinkommen. Okay, geh ein bisschen, fahr ein bisschen nach vorne. Und danach musst du dich komplett gerade ausrichten, ne? Willst du dich jetzt schon mal komplett gerade ausrichten? Also so. Ja, meinst du, das kriegen wir so schon hin? Ja? Ich fahr einfach noch ein bisschen mit. Jetzt hab ich ja gleich keine Kontrolle mehr. Ja, Baby! Oh mein Gott, Bruder! Oh, ich häng nur ganz am Zipfel dran. Okay, nur um 8. Ja! Bitte wacht, geht's! Bruder! So minimal. Ey, das ist so hart, Mann! Hä, musst du nicht nur da rausfahren? Nein. Der fährt ab und zu einfach nach links und rechts, muss hier Klavier spielen. Klavier! Und das mach ich an der Tastatur. Oh, nein! Nicht kurz davor, Bruder, nicht kurz davor, bitte! Komm, 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 komm! Ja! Ja! Qua! Qua! Uh, 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 uh! Nein! Hallo! Uh, 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 uh! Das ist Ziel, Mann! Komm, das ist Ziel! Bruder! Bruder, zurecht mal mit! Ja! Oh, fliegt, fliegt! Meine Tauben! Ah! Der Explode! Ah! Ah! Digga, was für eine geile Map, Mann! Die war ja sowas von nice! Yeah, baby! Die Parcours! Wie wir ihn noch nie hatten, so geil, Muchachos! Wenn's euch gefallen hat, scheppert die Tauben nach oben! Checkt die Beschreibung raus! Link zu unserem Partner an Instagraming und Triebwerk! Gerne Supporter lassen, Dankeschön! Und wir auch zu Twitch! Bis zum nächsten Mal, Gau'n! Braver! Zeugt diese Map auf jeden Fall mit euren Kollegen! Salzrüstung garantiert, wie ich anfange schon erzählt habe, bis dann, Gau'n!